Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich frage mich gerade, inwieweit, ich glaube, wird man sehen. Ich mache das Event und werde dann erstmal auf Schmerzhaft und dann den Rest auf Infernal 4. So, und hier werde ich erstmal was einkaufen, nämlich quasi alles für die Zugänge. Und das wird jetzt hier so eine Zeit lang dauern, denn das dauert halt hier eine Zeit lang. Macht Sinn, ne? Okay, dann halt nicht. So. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wie viele ich insgesamt brauche. Ich lasse mir mal 1000 Svernschlärm übrig. Äh, für Mode-Events, die noch so kommen. Ja, hier, das. So, genau 2100 Zugänge quasi. Also nicht quasi, sondern es sind 1200 Zugänge. So, dann gehen wir mal direkt auf Infernal 1, nein, auf Schmerzhaft rein. Soweit ich hier weiß, um den ersten fertig zu machen, muss man quasi hier hin. Aber ich mache die jetzt direkt schon alle auf Schmerzhaft, weil es kostet sowieso einen Eingang und normal lohnt sich überhaupt gar nicht. Deswegen werden die jetzt hier alle eben platt gemacht. Ich meine, es gibt hier schön viele Items. Aber aktuell mache ich die jetzt hier nur für die ersten beiden. Oh, ich habe meine Skills verändert. Gerade habe ich eine Runde PvP gespielt, weil ich eine coole Waffe gefunden habe. Äh, wo waren das hier? Hier, im Bodenbrecher. Den brauche ich wieder. Lock. Und habe gemerkt, so, wie krass das halt einfach ist. Beziehungsweise, jetzt halt, äh, habe ich ein bisschen zu lange, äh, wieder gewartet. Äh, nach Grand Pharah kann ich mir jetzt doch nicht das OP-Schild und die OP-Waffe erfahren. Ja, ich meine, die Woche ist auch so gut wie... Also, so, der heutige Tag ist so... So, wäre der Tag heute nicht kein BDU-Event, dann wäre das eine Woche unter 10 Stunden Spielzeit, wo ich mir denke, so... Waaaaaas? Das hat es noch nie gegeben! Zumindest seit, äh, so'n, äh, ist schon ein halbes Jahr her. Wobei, wenn man, dass, wenn man die Urlaubtage jetzt wegrechnet. Wobei, selbst die Woche im Urlaub, wo ich irgendwie drei Tage im Urlaub war, habe ich auch noch nachher 15 Stunden gekriegt. Äh, hm, kann man halt, wenn man es irgendwann mal will. Also, ich bin auf jeden Fall schon viel da spielen und habe absolut keine Motivation. Das ist halt normal. Wie gesagt, in der Regel, entweder man spielt viel oder gar nicht. Bei dem Spiel definitiv der Fall. So, haben wir das bekommen. Zwei Schlüssel. Die machen wir natürlich dann auch auf. Apropos Schlüssel. Ich werde mir dann hier... Wie ist denn das eigentlich mit dem Draken jetzt hier? Oh lol, warum habe ich jetzt plötzlich sechs? Packen wir die mal hier hin. Hier will ich irgendwo eine Stelle frei bekommen. Irgendwo halt irgendwas. So, ich guck mal kurz. So, wir haben so und so viele Draken. Ich werde jetzt alle auf. Werden die direkt... Zweimal Draken gerne. Also, auf jeden Fall sind hier fett Drakenkerne am Start. So, unreiner, unreiner Seelstern. Nochmal was. Komme ich die Draken hier rein? Okay, also diesmal gab es schon wieder keine Drakenkerne. Das ist klar. Vielleicht waren das jetzt nur zwei schlechte Runs. Oder die haben uns halt so geändert, dass absolut kaum Drakenkerne drucken. Das fände ich schon relativ kacke. Ich nehme mal hier die Draken hier ausgewählt. So, nächster Run rein. Und dann spult man halt einfach seine Runden ab, bis man die ersten Linien fertig hat. Das hat sich gerade wunderbar gereimt. Man spult seine Runden ab, bis man die Linien fertig hat. Boah, das ist doch schön. Alter, Linguist, Master K9000 am Start. So, bei den Pads möchte ich kurz mal gucken, bei gezähmter Tiere war es, soweit ich weiß. Man bekommt 100 Klilwetter. Oh, wow. Wow, 100 Klilwetter. Huiuiui. Krass. 100 Klilwetter. Oh, ich raste aus. Alter, 100 Klilwetter. Damit kann ich mir eine halbe Runde holen. Klasse. Boah, wo waren die jetzt hier? Das Teil habe ich keine Ahnung, wo ich das herbekomme. Das kann ich mir kaufen und die kann ich mir dann abspiegeln. Alle komplett scheiße. Okay, dann kann ich auf jeden Fall, habe ich jetzt nochmal hier 3% mein Leben, die ich mir holen könnte. Wenn ich irgendwann den Zyklopen bekomme. Ich weiß gar nicht, ob da ein Daily Deal drin sein kann. Das wird man irgendwann mal sehen, hoffentlich. Und ich habe ja mal die Belohnungen angeguckt. Apropos. Lol, die kann ja überall immer fett Draken. Lol, Moment mal. Lol, wie fett gibt es denn hier Draken? Sag mal, sind 500? Ja, okay. Ist doch gar nicht mehr so viel. Auf jeden Fall. Start des Events. Ich bin hier bei 4293 Draken. Aber es gibt was ziemlich krasses. Dieses Event ist das Crash-Karot-Event. 25. 15. Wo ist hier die Crash-Karot? Hier 10. Okay, hier jetzt keine mehr. Hier 5. Und hier gerade auch keine. Aber hier auch keine. Weil hier auch wieder keine. Auf jeden Fall Tropfen 25. Hier 15. Sind 40 Stück. 50 Stück. Das heißt quasi schon einen fertig gemacht. Joa, dann habe ich hier noch. Das heißt quasi das Event durchgezockt. Und dann brauche ich quasi nicht mehr hier Gruppenrangliste farmen für die Crash-Karots. Weil das habe ich eigentlich gefarmt nur für die Crash-Karots. Wobei, ich glaube ich werde das dann trotzdem fahren für das Gold. Auf jeden Fall muss ich mir dann halt nicht mehr. Also ich muss jetzt wirklich definitiv nicht mehr. Nur wegen den Crash-Karots die Dings farmen. Wahrscheinlich nur wegen dem Gold. Je nachdem, ob ich darauf Bock habe, Gruppen zu suchen. Um dann dafür Gold zu farmen. Wird man sehen. Wirklich viel Bock habe ich halt nicht. Was man noch machen kann. Also was ich nachher später machen werde. Ist halt definitiv Infinite 4 Runs beim Zirkus. So, hier haben wir jetzt nochmal den Dragan. Den Dragan-Plot machen. Der kann auch die schönen Uniques droppen. Und hoffe ich mir, dass er auf Infinite 4 neue schöne Schuhe droppt. Wenn nicht, wird eine Menge auf Rang 8 nach dem Event hochgespielt. So, und dann haben wir hier die nächsten. Der gab jetzt gerade eben Dragan. Ich habe nicht gecheckt, wie viel. Loll, damit wir das echt wunderschön, äh. Okay, ich habe jetzt 25 Dragan bekommen. Ich packe die mir mal hier ganz hinten hin. Okay, jetzt wollte ich die gerade teilen. Denn ich gucke mir nämlich an, wie viel man pro so und so viele Runs denn bekommt. So. Sanit sammle ich ja nicht mehr. Aber dafür Amethysten. Und Diamanten. Und Ersehensteine. Auf jeden Fall, der Drop ist hier gar nicht mal so kacke. Allerdings ist hier so richtig viel Müll auch dabei. Keine Essenzen. So. Ich glaube den ganzen Loot, ja den ganzen Loot kann ich, kann ich sofort direkt verkaufen. Da wird garantiert nichts mit Platinwerten drin, wohl drin sein. Maximal halt Legis werden aufgesammelt. So, und nochmal schmerzhaft. So, jetzt habe ich hier schon, äh. Ich habe gerade eben einen Run gemacht. Einfach nur für den Fahrer direkt, um zu gucken, was also ist. Aber da braucht man für, also man kauft sich für 16 Fernscherben einen Zugang. Aber man braucht mehrere, um die höheren Modi zu bespielen. Deswegen eher nicht so der geile Fall. So, hier haben wir noch mal zwei. Das heißt, gleich können wir wieder drei aufmachen. Und wir haben jetzt drei Runs fertig. Und sind hier schon dabei. Das heißt, 30 Runs, das heißt nach 60 Runs, habe ich dann die ersten beiden Linien fertig, quasi. Weil die, wo man richtig viel Fortschritt noch bekommen soll, ist anscheinend in den Grotten. Die werde ich halt dann auch machen. Wobei, ich habe gestern in der Grotte gespielt. Wobei, war das gestern oder heute? Ich glaube ja heute, heute um relativ früh, so 0 Uhr, so um den Dreh. Wahrscheinlich heute. Habe ich das gespielt und 25 Minuten für einen Run auf Infernal 4 für die Grotte gebraucht. Ich meine, ich habe nachher so, glaube ich, 12 oder 13 Klee rausbekommen. Gar nicht mal so schlecht. Allerdings, der Run dauerte 25 Minuten. Ich hatte diese Hüter-Map. Oh, und anscheinend sagte ich das Spiel so gerade, ah, heute kein Bock mehr. Ja, gut, wenn der Spiel sagt, heute kein Bock mehr, dann muss ich wohl jetzt die Folge beenden. Ja, ich werde mich definitiv am Wochenende nochmal melden. Vielleicht ein Stream, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal das Event bespaßen und bezocken. Ach, guck mal, jetzt geht es sogar weiter. Jetzt geht es weiter mit Tobonic. So, dann haben wir hier den Siegerismar. Und jo, da wird man uns wohl erstmal farmen müssen. Also da wird man jetzt erstmal eine Menge farmen. Und dann wird man wohl damit fertig sein. Ich weiß jetzt nicht genau, also ich sag mal so, es hieß ja, wenn man die, je höher der Modi, desto weniger bekommt, also bekommt man auch Zeugs davon. Also kann ich eigentlich diese Rangliste, diesen Fortschritt dann quasi auch mit Infernal-Fear-Runs befüllen. Ich muss mir nochmal ausrechnen, wie viel Zugänge ich denn quasi dann hier zur Verfügung habe und ich die quasi in Infernal-Fear-Runs stecken kann. Weil ich will ja alle Leisten voll haben. Da muss man halt nachgucken. Also eine Regel gibt es zumindest, ist alles klar. Also eine Regel gibt es definitiv, wenn man mal hier drauf geht. Den Run wird man nicht machen, weil es kostet 1. Den schon eher, weil höherer Modi und kostet das gleiche. Das heißt, man macht auch nicht Qualvoll, sondern dann tödlich. Man macht auch nicht Infernal-1, nicht 2. Doch, 2 macht man dann. Und dann macht man halt, ja. Und dann macht man Infernal-Fear-Runs. Also schmerzhaft, tödlich, Infernal-Fear-Runs 2 und danach Infernal-Fear-Runs. So würde ich laufen, denn es kommt aus dem Gleiche raus. Weil das hier zu farmen ist Peng. Da mache ich lieber das, bekommt man mehr Loot und wahrscheinlich auch mehr Fortschritt. Deswegen, wobei ich glaube, ich direkt nach dem Schmerzhaft direkt erstmal ein paar Runden Infernal-4 machen werde. Um zu gucken, wie läuft denn das? Macht Spaß oder nicht? So, jetzt wieder Schmerzhaft. Also erstmal die, erstmal jetzt durchgrinden für die niedrigen Ranglisten, für die niedrigen Balkens. Ja, und dann melde ich mich morgen mal wieder mit dem Fortschritt vom BDO-Wind. Auf jeden Fall neuer Ansatz. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Fette Belohnungen in Form von Kreskeritz. Ja, übergoldete Kleeblätter sind halt einfach zu wenig. Durch die Entwertung von damals, weil 25, das ist nichts, das war früher genauso. Und damals hat man dafür zwei Ruhm bekommen und hier, ja, noch nicht mal ein Achtel. Wobei, für eine Rüste Ruhm ist das ein Achtel, aber das ist viel zu wenig. Wenn das hier, ja, sag ich mal 150 und hier dann 200, dann wäre das schon okay. Okay, aber so nicht, nö. Aber auf jeden Fall kriegt man viel Kreskeritz raus. Der Rest, also so muss ich echt sagen, der Kreskeritz, Kreskeritz, ja, ich spreche richtig aus, beziehungsweise die heißen so richtig. Ist quasi das Einzige, wo es wirklich so lohnt, das Event zu spielen. Ich glaube, und für die Draken, ja, ich würde schon sagen, auch noch für die Draken hier. Weißt du, das bisschen aneinander Mann, was man bekommt, ist auch Peng. Joa. Also so großartig, super duper Belohnungen gibt es jetzt nicht. Aber muss ich sagen, da sind die Belohnungen bei einem Big Game Hunt Event besser. Allerdings spielt man das Event auch nicht wegen diesen Balken fertig, sondern weil man anscheinend in den Kisten relativ gut Tragen farben kann. Und deswegen, joa, werde ich mal gucken, was nach 100 Runs mal an meiner Ausbeute kommt. Ob die Dropraten wirklich so gleich geblieben sind wie auf dem Testserver oder ob sie dann doch gesenkt worden sind. Das heißt, müssten dann so ungefähr 2000 und nachher der Stack groß sein. Nach 100 Runs, joa, wird jetzt erstmal 4-5 Stunden am Farm sein. Apropos 4-5 Stunden, stimmt ja, es braucht relativ lange, um so viele Runs gemacht zu haben. Naja, wird man auf jeden Fall sehen. Mir geht schon wieder viel zu lange. Ich muss auf die Kürze achten, deswegen. Sonst werden die halt nicht so geil geklickt, ne. So, ich würde mal sagen, dann viel Spaß beim Video-Event. Ich muss sagen, ich werde jetzt auf jeden Fall ordentlich eine Runde fahren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao.